Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin-Play-Savtech Ages of the Sky. Und hinter mir hat sich wieder einiges verändert, denn ich habe hier oben einmal eine weitere Plattform aufgebaut und ich habe hier eine kleine Mob-Form gebaut, die jetzt im Moment aber nicht funktioniert. Ich habe hier einfach die vier Spawner hingesetzt von Twilight Forest für die Helmet Crabs und die sind dann hier runtergefallen und auf diese blöden Hopper raufgefallen, die kein Inventory haben und deswegen immer nur an eine Kiste funktionieren. Also ich habe jetzt da lauter Kisten platzieren müssen, jeder Hopper geht jetzt immer an eine Kiste. Genau die, die und die gehen an die Kisten, die gehen an die unteren Kisten und so weiter und so fort und habe hier einmal die Helmet Crabs gefarmt. Nur leider habe ich jetzt feststellen müssen, dass die Spawner nach 500 Spawn-Vorgänge kaputt gehen, sprich die Farm ist jetzt wieder kaputt. Ist ein bisschen doof, ich werde es jetzt einmal so stehen lassen, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht hole ich mir doch noch weitere, ich weiß es noch nicht. Und hier habe ich schon mal eine kleine Plattform gebaut, aber dazu mehr in der Zukunft, brauchen wir momentan nicht. Wir gehen wieder in unsere Dödel-Zeit-Base und ja, die funktioniert ja sauber. Von dem her, warum sollte man hier momentan weggehen? Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier unten einmal die Smeltery ein bisschen anders aufgebaut und wir haben jetzt die Möglichkeit, Repeater zu benutzen. Jetzt habe ich hier so eine kleine Glock gebaut und die Glock, die versorgt jetzt dieses Teil, das Fawcett, gibt hier dann das Zeug raus und das Zeug geht dann da unten rein. Habe hier schon mal einiges durchlaufen lassen. Ja, okay, auch einige Items, die mir dann, die jetzt auf den ersten Blick unlogisch erscheinen. Hier die ganzen Casts, aber egal. Genau, und hier haben wir eben unseren Tank drinnen. Hier unten ist der Controller. Ja, hier hat er ein bisschen Platzprobleme. Genau, recht groß ist sie nicht, aber es funktioniert eigentlich momentan so schnell, dass das Zeug nachschmilzt, bevor es ausgegossen wird. Also vom Timing her ist das im Moment eine super Kombination und eine super Größe. Mehr brauchen wir eigentlich im Moment gar nicht. Ja, so viel zu dem, was ich nebenbei so gemacht habe. Dann zu heute. Heute wird man ein bisschen klein. Heute wird mal wieder ein kleines bisschen. Wäre doch die Bank chaotisch. Wir werden wieder alles Mögliche anschauen, alles Mögliche machen, aber feststellen, okay, alles können wir nicht machen. Ist auch egal. Ich denke, wir haben für heute definitiv mehr als genügend zu tun. Und das Erste, was wir mal machen, wir schauen mal rein in die Age 3. Denn, ja, wie wir schon von Age 1 und 2 gesehen haben, es gibt wieder mal einen neuen Ohrprospektor und es gibt mal wieder jede Menge neue Erze. Es gibt Bauxit, Galena, also Bauxit ist Aluminium, Galena ist Silber und Lead, Platinum ist Platinum, wer hätte es gedacht, und Limonite ist Limonite, Limonite, ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall Nickel und Cinnabar ist Redstone. Genau so ist es. Und weil ich das ganze Zeug dann auch wieder abbauen muss, werden wir uns dann auch noch ein kleines bisschen um die Pickaxe kümmern, aber erst einmal fangen wir einfach an mit dem Ohrprospektor, damit ich dann offscreen hier wieder das Zeug suchen kann, weil das doch immer nicht so spannend ist, da irgendwo hin zu segeln. Was heißt zu segeln? Hin zu fliegen. Wir können ja fliegen und das Zeug einzusammeln. Außer ihr hättet mal Bock, 30 Minuten lang Mining ist vielleicht ein bisschen langweilig, von dem her glaube ich eher nicht. Cinnabar Ohr, okay, wir haben schon Redstone gefunden. Wäre doof, weil das Redstone Rezept, ja, egal, egal. Genau, hier habe ich es mir nochmal eingespeichert, was ich alles brauche. Cinnabar, Platinum, Bauxit, Galena und das andere. Ich will es jetzt nicht nochmal verhundwurschteln. Und genau, und weil ich eben diese Erze nicht nur finden muss, sondern eben auch abbauen muss, habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz nice, wenn wir hier ein kleines bisschen Fortune drauf hätten. Ich weiß nicht, mit Redstone bin ich momentan noch ein bisschen Spaß haben, wobei wir können ja nochmal schauen, denn wir haben auf der Pickaxe, auf der Knightly Pickaxe mit dem Copperbinding, Copperbinding, da unten steht es, denn da bekomme ich nämlich beim Abbauen Level. Da kann ich XP fürs Abbauen, finde ich ganz nice. Und eben das Knightly oben, wir haben jetzt eine Durability von 1325. Richtig heftig. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile schon 5 Modifier, weil ich schon einige Blöcke abgebaut habe. Und ich würde sagen, wie viel? 50 Redstone. Schaut mal auf die Mining Speed, von 8 auf 14,19. Mit 50 Redstone. Ja, her damit. Nehmen wir. Genau, jetzt haben wir einen Modifier verbraten. Was haben wir hier? 60 Lapis für Lack 1. Klingt fair. Kann ich, kann ich es irgendwie schaffen? Hm, wie machen wir jetzt das am blödesten? Machen wir mal in Achterschritte. Ah, okay, ich muss wirklich alles draufpacken. Wie viel bleibt mir dann noch übrig vom Lapis? Ja, okay, Lapis kann ja wieder farmen. Ist ja kein Problem. Okay, das kostet mich dann zwar wieder einen weiteren Modifier, oder? Nein, kostet mich keinen weiteren Modifier. Ja, dann rauf damit. Ganz ehrlich, dann rauf damit. Dann haben wir hier mittlerweile schon Heist 1 und Lack 2. Sprich, das Farmen wird deutlich angenehmer. Wäre natürlich noch nice, wenn wir eine Ohrexcavation hätten. Denn, aber, wenn man mal in die Quest reinschaut, es gibt hier sogar den Ohrexcavation Modifier. Und ich finde es immer ein bisschen doof, dass man das nicht anklicken kann. Aber egal, den müssen wir uns craften und dafür brauchen wir noch alles mögliche an Zeug. Ah, da brauche ich wieder Meister und ich habe es wirklich nicht mehr mitgenommen. Das ist doof. Das ist doof. Egal, da muss ich halt nochmal in den Twilight Forest. Ich weiß auch, wo das Zeug ist. Genau, weil das ist nämlich da, wo ich mir eingespeichert habe, wo ich die Teile mitgenommen habe. Da könnte man nochmal so ein Teil holen, so ein Spawner. Ah, aber da muss ich wieder viermal fliegen. Ist auch doof. Egal, egal. Platinum, Steel, Thermalite, Octane hätten wir. Okay, aber da fehlt noch einiges. Von dem her müssen wir, denke ich, erst einmal die Steel-Produktion anwerfen. Ist aber auch kein Thema. Das schmeiße ich schon mal weg. Denn wir haben hier, was haben wir jetzt gemacht? Pickaxe und Prospector. Jawohl. Und wir sind jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo wir sehr, sehr viel mit der Smeltery arbeiten. Wo wir einfach hier jede Menge Zeug einschmelzen und ihr seht es selber, das ganze Zeug verarbeiten. Wir machen unsere Plates mittlerweile da drin. Wir machen unsere Gears da drinnen. Von dem her macht es hier definitiv Sinn, wenn wir uns ein kleines bisschen um Lava kümmern. Und es gibt von Bloodmagic das Lava Sigil, das mir eben produziert, das mir eben produziert, das mir eben Lava produzieren kann mit LP. Sprich, wir tauschen Essen gegen Lava. Denke ich, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das einfach mal hat. Und um das zu bekommen, brauchen wir hier auf jeden Fall gar nicht so viel, merke ich gerade. Wir brauchen einen Lava Bucket, wir brauchen Cobblestone Block of Coal. Habe ich noch einen Block of Coal? Können wir uns herstellen? Da haben wir nur ein neues Stück hiervon, dann können wir die hier schon mal reinschmeißen. Zack, genau, dann sollen wir die schon mal einen Block of Coal herstellen. Dann würde ich sagen, wir machen uns das Teil. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich brauche die Blank Slate. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber egal, wir müssen hier sowieso weiter. Von dem her ist meine Questauflüstung nicht ganz sinnlos. Also wir haben einen Block of Coal, ein Cobblestone, ein Redstone, ein Lava Bucket. Ein Redstone, ein Cobblestone, der ist hier drüben drinnen, und ein Lava Bucket. Da habe ich keinen mehr, aber das ist kein Problem. Ich habe noch Lava auf Vorrat. Immer einfach nochmal einen zusätzlichen Tank gecraftet hier, dass ich nochmal vier Buckets Lava zusätzlich mitnehmen kann. Genau, an sich ist es nicht so tragisch, Lava zu besorgen, aber wenn man mal schnell während der Folge einfach mal einen Bucket Lava braucht, dann muss ich nicht den Cut machen und nirgendwo hinfliegen, sondern ich kann das Ganze ganz einfach herzaubern. Und wenn die Mod schon mit dabei ist und wir das sowieso aufbauen müssen, denke ich, macht es Sinn, dass man das Ganze einfach nutzt und sagt, okay, wenn die Möglichkeit besteht, machen wir uns das Lava-Satchel. Ich bekomme zumindest mein Bucket wieder. Finde ich ganz nice. 181 will mittlerweile drinnen auch ganz okay. Genau, und jetzt müssen wir eben wieder ein Arcane Ashes Alchemie Array erstellen mit einem Lava-Reagent und einem Blank Slate. Und ich glaube, ich habe kein Blank Slate mehr. Die Asche habe ich, aber Blank Slate habe ich nicht. Aber das ist kein Problem. Das ist einfach nur ein kurzer Stein. Sollte das eigentlich in ein paar Sekunden vorbei sein. Wo machen wir denn das? Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Hier ist ein guter Platz. Wir schauen nochmal kurz rein. Das heißt, wir müssen Arcane Ashes, dann das Lava-Reagent und dann die Blank Slate. Ich hoffe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das jetzt richtig mache, aber ich denke schon. Dieses Teil, dieses Teil. Jawohl, es funktioniert. Und es ist auch nicht Work in Progress. Ich habe aber kein Update gemacht. Nice, sehr schön. Jawohl, und jetzt haben wir das Lava-Sitzschel. Und? Au. Ich... Zieht der das direkt von meiner... Zieht der das direkt von meinem Leben ab? Ich meine, das ist auch okay. Wahrscheinlich hatte ich keine Life-Points in der Bank, also mit dem Orb. Und deswegen hat er es mir direkt abgezogen. Ist okay. Ist okay. Dann kann er ruhig ein kleines bisschen von meinem Leben benutzen, um hier Lava zu erzeugen. Aber sprich, wir haben schon mal wieder nie mehr ein Lava-Problem. Finde ich nice. Finde ich sehr schön. Okay. Wie gesagt. Es wäre jetzt momentan nicht hundertprozentig nötig. Wie ich festgestellt habe. Aber ich denke, wir machen das Ganze trotzdem. Denn wir haben ja noch die Aufgabe, die Sea Lanterns herzustellen. Und haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eben hier über die Presse. Wie gehabt. Also haben wir ja schon gesehen. Hier vier Prismarine-Charts in einen Prismarine-Crystal zu verwandeln. Und das wollte ich auch machen. Deswegen habe ich hier auch jede Menge gefarmt. Das Problem ist allerdings, ich bräuchte 96. Das heißt, hier bräuchte ich 32 Stück, damit das so funktioniert. Damit man das einfach billig über die Presse herstellen könnte. So viel habe ich aber leider nicht. Dementsprechend müssen wir es ein kleines bisschen komplizierter machen. Ist aber auch okay. Wir benutzen dafür den Hydrator. Und den müssen wir uns kurz einmal craften. Wir brauchen Cobblestone, Redstone, Waterbuckets, Eisenblock. Und kann ich jetzt... Ah, Terracotta habe ich, oder? Ich habe White Terracotta. Ähm, dieses Teil. Es muss normaler sein. Okay, ich kann ihn leider nicht weiterverarbeiten. Ist, 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 ist okay. Ist okay. Dann eben über den klassischen Weg. Nein. Nein. Wie macht man Terracotta? Wie macht man Clay? Da drinnen. Ja. Ist auch okay. Es waren... 1, 2, 3, 4, 5. Wo habe ich denn jetzt den Clay hingeliegt? Da ist er. Ähm. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Ich hätte es auch ausrechnen können, aber... Nö, 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 nö. Muss nicht sein. Machen wir lieber über die komplizierten Weg. Anstatt, dass wir ein bisschen Kopfrechnen benutzen. Egal. Wir brauchen noch einen Eisenblock, Cobblestone und Redstone, habe ich gesagt. So, und einen Eisenblock. Und ja, dieses... Also, das ist so nervig, dass ich das nicht einfach rein scrollen kann. Das ist immer noch ein Thema, das mich wirklich... Das mich belastet. Jetzt brauchen wir ein kleines bisschen Wasser. Das klauen wir uns jetzt einfach mal hier raus. Genau. Dann haben wir schon mal dieses Teil. Wir brauchen noch... Na, nur die 5 Teile außenrum. Das ist die Frage. Ist da schon was fertig? Zwei sind schon fertig. Die könnten wir hier schon mal durchbraten. Die Frage ist, geht das ja auch? Jawohl. Geht alles gut. Dann sollte mittlerweile auch das dritte fertig sein. Genau. Dann kann der die beiden Teile noch durchpressen. Während wir uns dann schon mal um das nächste Thema kümmern. Denn wir haben ja gesehen, für die Prismarindas brauchen wir auch noch Glowstone. Glowstone war bis jetzt ja kein Thema. Aber mittlerweile können wir das ganz einfach herstellen, indem wir Gunpowder in Glowstone umwandeln. Und die Frage ist, habe ich einen leeren Eimer, habe ich dabei. Dieses Teil habe ich mittlerweile immer rausgeschmissen, was ein bisschen doof ist. Die Sonne geht gerade auf. Und ich habe keinen Gunpowder dabei. Ui, ich sehe einen Cut. Ich sehe einen Cut auf mich zukommen. Ich mache jetzt einmal vier Stück. Da müssen wir mal schauen. Wir brauchen hier definitiv schon mal 16 Stück für die Außenseiten. Wir brauchen ja das ganze Rezept viermal. Jetzt müsste man rechnen können. Aber das wird auch zu kompliziert jetzt, glaube ich gerade. Egal. Ich schmeiße jetzt einmal die 16 hier auf die Seite. Dann könnten wir... Ich will es halt nicht vermurksen jetzt. Das wäre jetzt absolut doof. Aber ich denke so an... Ich rechne das aus. Warte bis zur Nacht. Mach hier in der... Im Starlight Infusion Table. Oder im Starlight Infusion Altar. Mach hier ein bisschen Glowstone. Und dann... Muss ich mal durchkalkulieren, was wir mit was machen. Wir haben zwar jede Menge Gunpowder. Aber ich muss ja das Gunpowder nicht... Nicht... Grenzenlos verschwenden. Von dem her, wie gesagt, kurzer Cut. Wobei... Das ist fertig. Und das ist fertig. Dann könnte man zumindest schon mal... Den Hydrator craften. Sehr schön. Und da ist jetzt die große... Kann ich das umsetzen? Nö. Dann machen wir es eben so. Ein Bucket. Ja, die Buckets, die gehen weg. Äh... Braucht der Strom? Das wäre natürlich jetzt doof. Wenn der dafür Strom braucht. Ich teste es aus. Ja, da scheint es tatsächlich so zu sein, dass wir hier Strom brauchen. Sprich, dieses Teil ist einmal nichts für uns. Ich habe jetzt schon mal den Glowstone hergestellt. Den Glowstone schmeißen wir hier rein. Können wir quasi jetzt nichts anfangen damit. Damit bedeutet, wir müssen es doch leider über den klassischen Weg machen. Und deswegen bin ich jetzt nochmal gleich in den Twilight Forest getigert. Und... Ähm... Ich muss das da oben reinschmeißen. Und habe hier jede Menge von diesem... Ähm... Nein, habe ich nicht. Ich habe einen weiteren Spawner besorgt. An zweiten weiß ich auch noch, wo der steht. Dann müssen wir es über den klassischen Weg machen. Aber das... Also ich habe mal geschaut. Ich bekomme ungefähr in 20 Minuten, sprich in einem Minecraft-Tag, ähm... Acht von den Shards raus. Ich muss jetzt nochmal... Jetzt habe ich natürlich verplant, wie viele das wir dann hier wirklich brauchen. Natürlich jetzt gar nicht mehr aufgepasst. Wir haben jetzt hier zwei Stück. Ich bekomme heute immer nur eins raus. Das ist schon ein bisschen... Ein bisschen heftig. Ich bekomme wirklich immer nur eins raus. Und wir brauchen 20 Stück. Ich kann schon mal alles reinschmeißen, was wir da haben. Äh... Wobei das eine macht keinen Sinn. Und die 16 Stück muss ich eben aufheben. Das ist doof. Ich habe das komplett verplant, dass der Hydrator hier, ähm... Strom braucht. Jetzt warten wir nochmal kurz, bis wir zumindest die erste herstellen können. Jawohl. Das erste ist durch. Und damit können wir zumindest die Quest jetzt abschließen. Ähm... Ich brauche nochmal vier Stück. Hiervon. Ah, die haben wir die Eimer nicht geklaut. Ich habe es bloß wieder drinnen liegen lassen. Uff. Jawohl. Und damit haben wir unsere Sea Lantern. Die können wir jetzt hier schon mal draufpacken. Ich könnte es natürlich jetzt auch mit Clawstone machen. Aber jetzt habe ich den kompletten Sea Lantern gefarmt. Auch wenn das bedeutet, Clawstone könnte ich sofort abschließen. Das bedeutet zwar jetzt, ich muss nochmal in den Twilight Forest nochmal einen Spawner holen, damit sie das rentiert. Und nochmal da oben AFK stehen. Aber ich habe jetzt schon so viel Mühe da reingesteckt. Und außerdem, das Night Metal Zeug ist ja auch nicht schlecht, wenn wir dann ein kleines bisschen mehr auf Vorrat bekommen. Von dem her, machen wir es jetzt mit den Sea Lanterns. Ich glaube, das wäre doof, jetzt noch zu sagen, ja, nö, jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir es doch mit dem anderen. Egal. Dann stelle ich mich nochmal ein kleines bisschen, also hole den zweiten Spawner. Stelle mich AFK oben hin. Und lasse das ganze Zeug hier durchlaufen, bis wir unsere vier Sea Lanterns haben. So, das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Und jetzt habe ich auch die fünfte Laterne fast fertig. Müssen wir nur noch einmal das Crafting-Rezept hier reinlegen, dann ist das ganze Thema erledigt. Und wir nehmen uns gleich nochmal das Thibination Sigil mit. Die können wir theoretisch auch schon mal mitnehmen. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles brauchen. Egal. Ich würde sagen, wir gehen kurz hierher, machen unsere vierte Lantern drauf. Und damit sollte eigentlich, wenn wir mal hier draufklicken, Tier 3. Current Tier 3. Sehr schön. Nice. Okay. Momentan passen 10.000 LP rein. Wir brauchen aber, um hier weiterzukommen, denn ich möchte hier dieses Teil, den Magician Blood Orb. Ja, für was möchte ich das für dieses Teil? Egal, wer wir noch in der Zukunft sehen. Das werden wir heute nicht mehr schaffen, weil uns sowieso noch die Blaze Rods abgeht. Hier brauchen wir eine Blaze Rod dafür. Müssen wir erst in den Nether schauen. Ist auch eine Quest von dem her. Belassen wir das jetzt einfach mal dabei, aber für die Zukunft schon mal der Magician Blood Orb. Glaube ich, so heißt das Teil. Und dafür brauchen wir 25.000 Lebenspunkte. Wir haben momentan allerdings eben nur 10.000 drinnen. Könnte natürlich probieren, ob ich es so schaffe. Aber ich habe mir gedacht, wir machen uns hier einfach mal einen ganzen Schwung Rune of Capacity. Habe ich ganz vergessen. Wir brauchen ja hier nochmal unsere Runen. Und ich denke, wir machen jetzt einfach mal 8 Stück. Genau, es gibt auch noch die Rune of Augmented Capacity oder irgendwie sowas in der Richtung, wie die heißen. Aber die können wir leider dann erst mit dem nächsten Tier machen. Von dem her ist es momentan noch keine Option. Dementsprechend, ja, bleiben wir jetzt einfach mal bei denen hier. Wir haben die, wir haben, genau. Und jetzt auch der Grund, warum ich so viele von den blöden Buckets gemacht habe. Wir brauchen hier nämlich die 24 Buckets. Die brauche ich dann für Goldchests. Denn ich will natürlich oben hier auch weiter Sachen austauschen gegen Goldchests, ganz klar. Wir gehen hier rein und craften uns im Bute Slate. Nein. Das sind die nächsten Tier. Da brauche ich nochmal 5000 LP jeweils dafür. Ui. Sehr schön. Und ich muss jetzt die Teile wieder aufbauen, weil die momentan wieder auf Tier 2, Alter. Ich darf die dann immer nur einzeln austauschen. Okay, nochmal kurzer Cut. Ich darf hier nochmal ein kleines bisschen nacharbeiten. Und weiter geht's. So, next try. Ich habe jetzt alle auf im Bute Slate hochgelevelt. Und wir schauen nochmal kurz hier rein. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Kapazität haben wir dann? Wir müssen dann 26.000? Keine Ahnung. Ist nur geraten. 26.000. Nice. Okay, jetzt zieht er mir natürlich ein bisschen was ab. Denn der Output-Tank, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe, in der ersten Folge von Bloodmagic, der ist ja immer 10% oder sowas in der Richtung, 10% vom Haupttank. Sprich, anstatt vorher ein Bucket passen jetzt 2,5 Buckets rein. Sprich, ich will mir hier nochmal einiges rausziehen. Ich muss jetzt natürlich hier das Ganze wieder dagegen auffüllen. Nehmen wir mal wieder meinen Cooked Gas Meat und versuche hier ein bisschen gegenzuheilen. Denn wir brauchen ja, wie gesagt, 25.000. Und das Gas Meat ist ganz witzig. Wenn ich das esse, dann fliege ich rum. Aber dadurch, dass ich Creative Flight habe, kann ich mich wieder dagegen entscheiden. Da oben ist auch das Levitation für ein paar Sekunden. Genau. Ist aber an sich egal. Denn, wie gesagt, mit dem Creative Flight ist das kein Problem. Jetzt zieht man immer noch die Energie ab, was doof ist. Aber egal. Ich würde sagen, ich level mal kurz hoch. Oder, was heißt level? Ich farm kurz hoch bis 25.000. Und dann können wir uns den Magician Blood Orb herstellen. So ist es richtig. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet. Das hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert. Und wir haben unsere 26.000 LP voll. Wir schnappen uns jetzt unseren Blood of Gold. Schmeißen den hier rein. Und warten eben auf unser großes nächstes Teil. Auf das Tier 3. Also, der Altar ist ja schon Tier 3. Wir brauchen natürlich auch den Tier 3 Blood Orb. Ansonsten funktioniert natürlich, oder macht das Ganze relativ wenig Sinn. Genau. Der zieht jetzt natürlich hier jede Menge Zeug raus. Ich muss es doch nochmal umschalten. Okay, das dauert eine ganze Zeit. Jawohl. Und da ist er fertig. Unser Tier 3 Orb. Nice. Nochmal gleich ein Gas mit hinter und her schmeißen. Wir haben den Magician Blood Orb. Ich kann das Teil nicht aussprechen. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber ein paar Sachen können wir bestimmt machen. Und was wir dann in der Zukunft auch machen können, wenn wir mal hier reinschauen. Deswegen machen wir das Ganze auch. Wegen Obsidian. Ich glaube, es ist einfach hier rein zu gehen. Genau, da gibt es hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir können das Ganze aus dem Magma Block herstellen. Aus Magmas, Limes und so weiter und so fort. Aber ich denke, das ist eine recht schöne Möglichkeit. Hier haben wir eben ein Lava, ein Water Bucket mit. Wieso geht es jetzt plötzlich mit dem Weak Blood Orb? Habe ich wieder nicht vernünftig nachgeschaut. Ernsthaft? Nein, aber den. So ist Apprentice. Weak. Zeigt mir. Archmage. Master. Magician. Es wäre mit dem auch gegangen. Ich habe einfach nur nicht richtig nachgeschaut. Yay. Aber ist eigentlich auch egal. Wir werden das mit Sicherheit für irgendwas in Zukunft brauchen. Ich denke, man kann zumindest sagen, okay, es ist vielleicht nicht ganz umsonst. Rune of Orb. Okay, also ich kann hier zumindest Master Ritual Stone. Also wir werden das... Ja, okay, das zeigt er mir wieder alle an. Da zeigt er mir wieder alle an. Ist egal. Ist egal. Dann haben wir halt einfach für die Zukunft hier schon mal vorgearbeitet. War ein kleiner Fail. Hätte ich das mit dem anderen auch machen können. Ist aber wie gesagt an sich egal. Können wir bestimmt nochmal brauchen. Ja, und damit ist die Folge leider auch schon wieder rum. Ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst. Mit diesem Fail. Mit diesem tollen... Naja, egal. Wie immer noch zum Schluss mein Wunsch. Bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.